Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Das hier ist das Hagen-Flaggschiff. Und das ist ein Cargo-Bike für Leute, die sagen, Steel is real. Die aber trotzdem nicht auf den letzten Schrei in Sachen Konnektivität und Technik verzichten wollen. Und in diesem Video wollen wir mal sehen, wie das Hagen-Flaggschiff diesen Spagat schafft. Es war 2014, als der gebürtige Este Caspar Peek die Firma K.P. Zykler gründete. Er wollte schnelle, stylische Fahrräder für die Stadt bauen. Das hat er dann auch gemacht und nach kurzer Zeit kam dann ein weiteres Produkt dazu, nämlich ein stylischer Wandhalter für Fahrräder, der so aus alten Rennradlängern gebaut wurde. Und dann, der erste Ausblick in Richtung Cargo-Bikes, ein auch stylischer Seitenwagen, mit dem man dann schon einige Dinge transportieren konnte. Als diese Produkte dann gut liefen, entwickelte er sein erstes eigenes Cargo-Bike. Den Vorgänger dieses Fahrrads hier, das K.P. Cyclery Nighthawk. Seit Anfang 2022 heißt das Unternehmen nun Hagen-Bikes. Das ist deutlich einfacher auszusprechen und zu merken, ist als K.P. Cyclery. Und sie bauen, montieren ihre Fahrräder komplett selbst in Estland. Das Portfolio besteht aus drei verschiedenen Rädern oder einem Rad mit drei Ladeflächengrößen. Wir haben das Mini, das Flaggschiff und das XL und die gibt es jeweils mit und ohne Motor. Und in diesem Video gucken wir uns das E-Flaggschiff einmal ganz genauer an. Zuerst gehen wir auf die Daten und Fakten des Hagen-Flaggschiff ein. Dann zeige ich euch die ganzen coolen Details und Features und wir gehen natürlich auch auf die Box ein. Und dann werden wir eine Runde damit drehen. Aber das ist nicht das einzige Video, das zu diesem Fahrrad kommen wird. Denn am Ende der Testphase gibt es ein Fazit. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert natürlich den Kanal. Und dieses Video finanziert sich auch durch die Werbung, die ihr ab und zu angezeigt bekommt. Also wenn ihr die seht, gebt noch einfach einen Daumen nach oben oder schreibt einen kleinen Kommentar in die Kommentarspalte. Damit helft ihr dem Video, dass es möglichst vielen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank! Und jetzt die Daten und Fakten. Das Hagen-Flaggschiff ist ein Long John. Das heißt, wir haben ein kleines Vorderrad, ein großes Hinterrad. Und da gibt es nochmal einen Detail, da gehen wir später noch drauf ein. Aber die Ladefläche befindet sich vor dem Cockpit in der Mitte des Fahrrads. Der komplette Rahmen des Hagen-Flaggschiffs besteht aus Stahl und das ganze Rad hat eine Gesamtlänge von 2,50 Meter. Es liegt auf Herstellerangaben 38,3 Kilogramm leer und hat eine Zuladung von 180 Kilogramm. Der Rahmen kann in verschiedenen Farben bestellt werden, nicht nur in diesem Gelb, was jetzt allerdings so die Signature-Farbe von Hagen ist. Als Motor kommt beim E-Flaggschiff der Brose S mit Magnesiumgehäuse zum Einsatz. Das ist ein 250-Watt-Motor mit 90 Newtonmeter Drehmoment. Bei der Schaltung gibt es die Wahl zwischen 10-Gang-Kettenschaltung oder der Enviolo, entweder manuell oder mit Automatik. In den letzten beiden Fällen kommt das Rad mit Riemen. Als Display kommt das kleine Brose-Display zum Einsatz und das ganze System wird von einem Phylion 630 Wattstunden-Akku gespeist. Die Bremsen sind von Shimano, Zweikorbenbremsen vorne und hinten, jeweils mit 180 Millimeter Scheiben. Bei der Beleuchtung kommen Teile von Lightmove zum Einsatz und alle Anbauteile wie Sattel, Sattelstütze, Lenker, Vorbau und Pedale kommen von RFR, also Ready for Race. Und damit wisst ihr schon, in welche Richtung dieses Fahrrad hier entwickelt wurde. Gucken wir uns mal die Geometrie vom Flaggschiff an. Ihr könnt ja auf den ersten Blick sehen, das hier ist ein sportliches Fahrrad. Wir haben ein hohes Oberrohr mit einem hohen Einstieg, das heißt tendenziell muss man hier einfach hinten drüber steigen. Es gibt zwei verschiedene Rahmenhöhen, einmal 53 und 57 Zentimeter, wobei das hier die kleinere Rahmenhöhe ist. Ich bin 1,96 Meter groß und muss natürlich den Sattel relativ weit rausziehen. Aber hier ist es so, dass die minimale Sattelhöhe hier mit der relativ langen Sattelstütze 72 Zentimeter sind und die maximale Sattelhöhe 88 Zentimeter. Es gibt aber auch noch eine Version hier, wo das Oberrohr etwas angeschrägt ist, damit man etwas leichter hier drauf kommt und im Zweifel eventuell auch hier über die Steine steigen könnte. Der Vorbau ist in der Höhe verstellbar hier in dieser Version, das ist optional, finde ich aber persönlich ganz angenehm, sodass man entweder höher oder sportlicher sitzen kann. Jetzt habe ich den Sattel nicht hundertprozentig richtig für mich eingestellt. Ihr könnt sehen, das Bein ist noch ein bisschen angestellt. Ich werde das wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen verstellen. Also eine sportliche Sitzposition, eine Geometrie, die eher Speed sagt als Gemütlichkeit. Man könnte allerdings natürlich auch noch mit einem anderen Lenker arbeiten. Das hier ist jetzt ein sehr breiter Mountainbike Lenker, der aber eine gute Kontrolle über das Rad bringen soll. Mehr dazu im Fahreindruck. Schauen wir uns jetzt zunächst einmal das Design des Hagen Flaggschiff an. Hier können wir auf den ersten Blick schon sehen, das ist alles sehr geradlinig. Wir haben hier ein sehr gerades Oberrohr, wie bei alten Stahlrennrädern. Hier hinten, das ist alles sehr klassisch gestaltet, hier noch mit einem hübschen Detail hier oben. Und das gesamte Profil des Fahrrads ist sehr flach. Und wenn wir dann hier vorne gucken, dann sehen wir erstmal diese Vierkantprofile, die die Box dann nachher tragen. Diesen relativ klassischen Aufbau mit der Stahlgabel, die so ein bisschen optisch an BMX angelehnt ist. Und dann hier unten diesen Lenkarm, also auch eine klassische Ansteuerung der Lenkung vorne. Und das meine ich damit, dass dieses Rad halt Menschen anspricht, die ein klassisches Design haben wollen bei ihrem Fahrrad und auch bei ihrem Cargobike. Kasper sagt, dass das komplette Rad so in dieser Seitenansicht aussieht wie ein Schwan in vollem Flug. Mit diesem großen Hinterrad und dann diesem flachen Rahmen, diesem flachen Rahmenprofil hier vorne. Und dann vorne ist dann nur noch der Schnabel und der Kopf des Schwans. Ein Detail hatte ich euch ja noch angekündigt und das bezieht sich auf die Reifengröße. Denn die Hagenbikes sind die meines Wissens einzigen Long Johns, die serienmäßig nicht mit 26 Zoll Hinterrad, auch nicht mit 27,5 Zoll Hinterrad, sondern mit einem richtig großen 28 Zoll Hinterrad kommen. Vielleicht ist euch das in der Seitenansicht schon aufgefallen. Das große Hinterrad sorgt dafür, dass man auch, wenn man sehr groß ist, ja irgendwie optisch auch nicht verloren aussieht auf dem Fahrrad. Auf der anderen Seite sorgt es dann natürlich auch für ein sehr klassisches Fahrgefühl, dass es eben dieser große Alprollumfang für ein gutes Rollverhalten sorgt und dann auch über Unebenheiten gut und einfach rüberkommt. Und wie das funktioniert, das sehen wir natürlich später nochmal im Fahreindruck. Die Ladefläche des Hagen Flaggschiff ist 66 Zentimeter lang und hier bei den Rahmenteilen 40 Zentimeter breit, also genau passend für so eine Eurobox oder auch um Euroboxen zu stapeln. Hier ist jetzt die optionale Whitebox drauf und die ist hier hinten 55 Zentimeter breit und nutzt aber die komplette Länge der Ladefläche aus mit 66 Zentimetern. Aber natürlich auch nur dann, wenn keine Kindersitze verbaut sind. Auf die gehen wir aber später ein. Erstmal ist hier ein interessantes Detail, vielleicht ist euch das gerade schon aufgefallen, dass hier die Seitenwände flexibel sind. Das ist natürlich ganz interessant und da fragt man sich, will man das? Aber dadurch, dass das hier ein Stahlrahmen ist, hat der Rahmen eine gewisse Flexibilität, wenn man über Unebenheiten fährt, wenn da schwere Dinge vorne drin gelagert sind. Und wir werden das nachher beim Fahreindruck einmal sehen, dass dieser Rahmen halt so ein bisschen mit der Straße arbeitet. Und damit nicht die Box ständig gegen den Rahmen arbeitet und dann auf Dauer irgendwelche Schrauben sich lösen oder irgendwelche Teile kaputt gehen, hat Kasper sich entschieden, eben hier keine starre Box, keine starren Wände zu verbauen, sondern Wände, die sich, wenn dieser Rahmen arbeitet, so ein bisschen mitbewegen können, flexibel mitbewegen können, um eben die ganze Geschichte so langlebig wie möglich zu gestalten. Und das Material, das hier verwendet wurde, ist D-Bond. Das sind Kunststoffplatten, die Aluminium verstärkt sind. Das ist ein leichtes Material, das ist flexibel, das lässt sich sehr leicht verarbeiten, lässt sich sehr leicht bedrucken oder bekleben. Und hier wurden halt die Seitenwände, die Front, die Bodenplatte und die Heckplatte und auch die Basis für die Sitze aus diesem Material gestaltet. Wenn die optionalen Sitze hier in der Box verbaut sind, dann wird nicht die komplette Länge der Box ausgenutzt, dadurch, dass die Sitze hier so eine Schräge haben und nicht komplett senkrecht sind. Hier vorne ist dann ein Fußraum von etwa 25 Zentimetern. Die Sitzflächen sind etwa 25 Zentimeter lang und die Sitzlehnen sind 50 Zentimeter lang von der Sitzfläche bis hier oben. Und die Sitzflächen liegen, wie ihr das hier sehen könnt, direkt auf dieser D-Bond-Platte auf und sind etwa so 5, 6 Zentimeter hoch. Also die Kinder sitzen schon sehr flach hier in der Box und strecken die Beine nach vorne aus. Hier hinten sind wie gesagt 55 Zentimeter Platz für beide Sitze. Also beide Sitze kommen auf eine Breite von etwa so 27 Zentimetern. Das ist angenehm breit, damit auch größere Kinder oder auch mit Winterjacken sie hier ganz gut sitzen können. Und dadurch, dass sie hier so niedrig in der Box sitzen, haben sie natürlich dann auch diese hohen Rückenlehnen und nutzen auch die hohen Rückenlehnen als Kopfstützen. Das finde ich sehr angenehm. Und hier ist dann auch das Material, das ist so ein fester Schaumstoff, also sehr angenehm, fühlt sich sehr warm an, fühlt sich sehr weich an. Und ist hier oben auch nochmal so ein bisschen ausgeschnitten, sodass hier nochmal etwas mehr Flexibilität da ist, wo die Kinder mit ihren Köpfen sich gegenlehnen. Dann sind hier auch noch in der Höhe verstellbare Gurte verbaut, hier in zwei Stufen. Und es handelt sich hier um Fünfpunktgurte, die dann auch noch einfach in der Weite verstellbar sind, um größere, kleinere Kinder mit Winterjacken oder T-Shirt etc. einfach zu beherbergen. Und dieses Prinzip hier, dieses Gurtprinzip habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist sehr angenehm. Also man kann hier eine feste Verbindung haben, eine feste Schlaufe oder die auch abnehmen, wenn das mal irgendwie ein bisschen anstrengender ist, die Kinder hier festzusetzen. Festzusetzen ist gemein, aber hinzusetzen. Und dann schnallt man sie hier von der Seite ein. Das heißt also auch, wenn man dann doch die Kinder auf den Knopf kommen sollten, dann können sie es nicht nach oben hin rausziehen, sondern müssen es zur Seite hin rausziehen. Und das habe ich schon festgestellt, das ist ein ganz gutes Detail, weil die Kinder das nicht sofort schnallen, wo sie jetzt ziehen müssen, um sie aus den Gurten zu befreien. Gerade wenn man so Weglaufkinder hat, ist das mal ganz gut. Das ist jetzt das regenverdeckte Hagen Flaggschiff. Und wie ihr es wahrscheinlich schon im ersten Teil des Videos gesehen habt, ist das schon sehr, sehr flach, sieht sehr sportlich aus, ist relativ aerodynamisch und ist hier gut in das Gesamtdesign der Box integriert. Der Clou ist aber, es lässt sich auch noch in der Höhe verstellen. Also wenn ihr etwas größere Kinder habt und der Lenker hier relativ weit oben ist, wollen wir mal hier den hier hin, dann kann man hier mit diesen Schlaufen an der Seite das Regenverdeck nochmal eine ganze Ecke nach oben stellen. Das müssen wir dann auch auf der anderen Seite machen, damit eben auch größere Kinder hier ganz einfach sitzen können. Und wenn die Kinder noch etwas kleiner sind, man vielleicht den Lenker etwas niedriger haben möchte oder die Kinder damit zufrieden sind, dass das Regenverdeck vielleicht auf den Köpfen sitzt, dann kann man es auch hier in diese super sportliche Position bringen, wo es dann wirklich direkt über den Sitzen endet. Und ja, so ein richtig sportliches Sitzgefühl den Kindern gibt, wie im Sportwagen vielleicht. Wenn man dann den Lenker ganz runter macht, ist aber trotzdem noch genug Platz, um über das Regenverdeck einfach rüber lenken zu können. Und die Höhe, in der es verstellbar ist, gibt Haken zwischen 53 von dem Boden der Box und 68 Zentimeter an. Also Kinder können da drin zwar nicht stehen, aber sie haben, wenn sie sitzen, noch genug Kopffreiheit. Wenn man die Kinder in die Box setzen möchte, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man baut das Regenverdeck komplett ab und dann wieder auf oder man nutzt den Einstieg. Hier ist ein Reißverschluss und hier ist ein zweiter Reißverschluss. Und hier ist ein Gletschstreifen und dann kann man das so nach vorne abnehmen und die Kinder hier ganz einfach reinsetzen. Die können allerdings eher schwerlich selber einsteigen. So, und wenn man dann vielleicht gute Tage hat, die Sonne scheint, das Wetter ist schön, dann kann man hier entweder die Reißverschlüsse so ein bisschen schließen und dann lässt man das so ein bisschen als Windschutzscheibe offen. Oder man rollt das ganze Regenverdeck einmal ein und nutzt dann diese Schlaufe hier, um es hier unten dann vielleicht ein bisschen schöner zu fixieren. Das Regenverdeck ist dann hier nach hinten offen, so wie das bei vielen Lastenrädern der Fall ist. Man kann einfach mit den Kindern kommunizieren, man kann mit ihnen sprechen und sie werden bei Regen nicht nass. Allerdings sollte man das Rad natürlich nicht entgegen der Windrichtung abstellen. Wo wir aber hier oben sind, gehen wir nochmal kurz auf die Bedienung dieses kleinen Brose-Displays ein. Und hier ist ein kleiner Knopf, damit können wir das starten. Und ihr könnt sehen, das ist ein wirklich sehr, sehr kleines Display. Das ist so klein, dass ich mit der Kamera nochmal näher rangehe. Es handelt sich hier um ein kleines Farbdisplay und das ganze System ist kompatibel mit Bluetooth, sodass man das auch mit einer App steuern kann. Es gibt vier verschiedene Unterstützungsstufen, neben Off, das ist einmal Eco, Tour, Sport und Boost. Dann kann man hier oben auch das Licht ein- und ausschalten und hier kann man durch verschiedene Punkte durchgehen. Und hier unten ist noch ein Knopf, wenn man den lange drückt und dann auf Minus drückt, dann rollt das Fahrer nach vorne mit der Schiebehilfe. Aber das ist nicht die einzige smarte Möglichkeit beim Hagen-Bikes, sondern es gibt auch eine eigene Hagen-Bikes-App. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Wir sind jetzt mit dem Rad verbunden und jetzt wird uns das Fahrrad hier nicht angezeigt, aber das können wir hier oben ändern. Find Vehicle. Und zack, sehen wir, dass es sich direkt neben uns befindet. Ich hätte auch einfach ins Display gucken können oder mich umdrehen können, hätte ich es auch gewusst. Dann kann man hier auch ein virtuelles Schloss einschalten. Dann wird einem angezeigt, wenn das Fahrrad sich bewegt und du eben nicht dabei bist. Ich kann mir Informationen über das Fahrrad anzeigen lassen. Und hier ist ganz interessant, dass es in der Default-Einstellung wird es einfach Nighthawk genannt. Das finde ich ganz süß. Also von Nighthawk zu Hagen-Schwan. Also das Nighthawk gefällt mir da so ein bisschen besser, ist ein bisschen knackiger. Was allerdings auch geht, ist hier oben. Wir können eine Tour starten und wenn ich mich jetzt mit dem Rad bewegen würde, dann zeichnet er diese Tour auf und speichert sie dann in der App. Und ich kann sie jederzeit wieder aufrufen und die Strecke mir anzeigen lassen und kann dann natürlich auch in den vergangenen Aktivitäten sehen, wie viel ich schon mit meinem Schwan gefahren bin. Ja, soviel zu den Daten und Fakten der Box, den ganzen Details und Features und zu der Konnektivität. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie sich der Schwan fährt. Wir haben unsere beiden Mitarbeiter hier vorne drin. Den großen und den kleinen sowie die komplette Fotoausrüstung. Jetzt könnt ihr sehen, die Grundfläche der Box ist komplett ausgefüllt. Und etwa 45 Kilogramm Gewicht sind jetzt hier vorne drin. Also die Box ist mit 100 Kilo, darf die belastet werden, ist also noch längst nicht ausgelastet. Aber das sollte uns schon eine ganz gute Idee geben, wie sich dieses Fahrrad fährt. Wir sind jetzt im Boost, der Motor ist schon angewiesen und hier fällt jetzt nochmal auf, wir haben jetzt nochmal eine Besonderheit. Und zwar können wir mit dieser Fernbedienung bei der Enviolo entweder in einem manuellen Modus mit neuen Gängen schalten oder wir lassen es im Automatikmodus. Und ich habe jetzt über die Enviolo App eine Trittfrequenz eingestellt, das ist meine Lieblingstrittfrequenz. Und da lassen wir das Ganze jetzt auch. Hier, wie gesagt, die Möglichkeit, die verschiedenen Unterstützungsstufen zu starten. Herzlichen Dank nochmal und ja, wir fahren mal los. Hier bei den ersten Kopfsteinpflasterpassagen kann man schon mal erkennen, bis auf den Kram, der hier vorne drin ist, fährt sich das ganz ruhig. Also die Enviolo Automatik hält die Trittfrequenz recht zuverlässig. Auch jetzt hier bei so einer glatten Strecke kann man erkennen, das fährt sich sehr angenehm, fährt sich sehr ruhig. Jetzt haben wir jetzt nur mal ein bisschen Kopfsteinpflaster. Das Rad lenkt gut ein, sehr zuverlässig. Also beim Sattel kommt von dem Gerumpel nicht so viel an, sondern das fühlt sich recht angenehm an. Es rollt einfach ab. Und auch bei Kopfsteinpflaster gibt es da keine Überraschungen. Hier, leichte Steigung, gar kein Problem. 24, 25 kmh ohne Druck tatsächlich. Also Boost-Modus, die Automatik macht den Rest und ich gebe einfach nur Gas. Und zwar ohne viel Druck. Und was zuallererst auffällt, zack, 25 kmh, also das ist echt super entspannt. Und was auch zuallererst auffällt, dass dieser Motor sehr feinfühlig reagiert. Also er reagiert sofort. Man kann sofort die Unterstützung spüren. Und wenn ich auch aufhöre zu treten, dann läuft er nicht nach. Also wenn man jetzt hier so ein bisschen auf den Pedalen hüpft, dann sieht man, wie die Box einem so ein bisschen entgegenkommt. Das ist dieser Effekt, den ich vorhin nannte, dass der Stahl, der hier verwendet wurde, natürlich flexibel ist. Dass der nachgibt, wenn hier viel Beladung drauf ist, wenn die Strecke uneben ist. Und dadurch ein gewisser Komfort auch allein durch die Wahl des Materials zustande kommt. Und eben nicht nur durch die Reifen oder durch eine Federgabel. So, wir sind jetzt am Start des Jerusalemsbergs und wir müssen mal ein bisschen auf Verkehr achten. Und wir legen jetzt mal los. Ganz normale Kraft, nicht besonders kräftig, aufs Pedal treten, wie das so hier unsere Art ist. Und mal sehen, wie schnell wir hier hochkommen. 20 kmh, 22. Ein schöner Sonntagsausflug, den wir jetzt hier haben. Und wir sind jetzt so bei 16 kmh. 16,3, 16,5 ist die Geschwindigkeit, die uns dieser Motor in der höchsten Unterstützung hier bei relativ wenig Watt hochbringt. Können wir uns auch die Wattzahl jetzt anzeigen. Habe ich jetzt vergessen. Aber das ist okay. So, jetzt mal ein bisschen in die Kurve lehnen. Und Ja, das Rad lenkt zuverlässig ein. Also es lenkt natürlich deutlich mehr da vorne ein, als man das hinten lenkt, wie man das so vom Long John gewöhnt ist. Aber man kann sich einfach hier rein lehnen. Das ist ein sportliches Prinzip und da hilft natürlich auch der Lenker. Der ist nämlich breit. Der vermittelt ein gutes Maß an Kontrolle. Man muss sich erstmal daran gewöhnen. Das ist keine aufrechte Sitzposition, sondern das ist halt relativ sportlich, wie bei einem Mountainbike. Man könnte sich das Rad natürlich auch mit einem Rennradlenker ausstatten. Jetzt hier haben wir halt eher so die Mountainbike-Konfiguration beim Lenker, die aber auch für den Alltag, finde ich, sehr gut funktioniert. Und auch schnelle Richtungswechsel gelingen einfach. So, und da vorne müssen jetzt alle bremsen und wir bremsen auch gleich mal von 25 kmh auf 0. Wir nehmen das Schild da mal als Maßstab und bremsen. Jo, was können wir erkennen? Das Rad ist 2,50 Meter lang. Wir haben jetzt etwa 2,70 Meter, 2,80 Meter gebraucht. Also nicht den kürzesten aller Bremswege. Also die Bremskraft ist nicht ganz so massiv, wie man das von größeren Bremsscheiben kennt oder von Vierkolbenbremsen. Die Bremse ist aber ausreichend. Wie gesagt, aus 25 kmh etwa 2,5 bis 3 Meter, 2,70 Meter Bremsweg. Das ist in Ordnung. Das Bremsgefühl ist Shimano typisch. Am Ende ein bisschen weich, nicht ganz so ultraknackig. Aber ich denke, dass man da im Alltag ganz gut mit klarkommen sollte. Ja, aber die Beschleunigung da, da macht der Motor schon eine echt gute Arbeit. Er ist echt schnell auf 25 kmh. Und jetzt gehen wir mal auch so ein paar enge Kurven an. Die lassen sich einfach hinter sich bringen. Das passiert auch einfach. Also bei Linkskurven muss man so ein bisschen aufpassen. Da kann man nicht zu stark einlenken, weil sonst der Reifen an den Lenkarm kommt. Bei Redskurven ist es aber kein Problem. Aber ihr habt gesehen, das ist ausreichend. Der Lenkeinschlag ist groß genug, um im Alltag auch durch enge Kurven zu kommen. Und jetzt sind wir hier so ein bisschen mal auf einer schnelleren Rebellstrecke unterwegs. Hier hätte ich den Häusern lang noch da überhaupt kein Problem. Was auch auffällt, wenn man mit dem Motor unterwegs ist. Der ist sehr, sehr leise. Wir sind hier in der höchsten Unterstützung. Und der Motor ist kaum wahrnehmbar. Selbst die Schaltung, selbst die Enviolo ist lauter. So, und jetzt stellen wir das Ganze mal wieder hier auf den Ständer drauf. Das ist der Vereindruck zum Hagen-Flaggschiff. Ich bin ganz angetan, weil der Rahmen in sich so eine Flexibilität hat, sehr leise ist. Ein bisschen geklappert gibt es natürlich von den Sachen in der Box. Aber das Rad an sich fährt wirklich sehr, sehr entspannt und sehr angenehm. Und dazu noch mit einem sahnigen Motor, mit einem leisen Geräusch und richtig viel Kraft. Ja, bei den Bremsen gibt es noch so ein bisschen Potenzial nach oben. Aber das lässt sich ja auch relativ einfach tauschen. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu Präsentationstilmern und zu den Preisen. Das Hagen-Flaggschiff startet ab einem Preis von 2.590 Euro. Dann gibt es allerdings auch die Möglichkeit, dass ihr ein Rahmen-Set kauft. Also den ganzen Kleiderrad Dodge, den lasst ihr weg. Kauft euch nur das Rahmen-Set und bestückt das Rad selber. Das ist möglich ab einem Preis von 1.890 Euro. Diese Version hier mit dem Motor gibt es aber einen Preis von 4.890 Euro. Dann ebenfalls mit einer Shimano Diore 10-fach Kettenschaltung. In dieser Version mit der Enviolo Automatik, den beiden Kindersitzen und dem Regenverdeck kostet das Rad 6.836 Euro. Und kommt auch, und das ist auch das Besondere von Hagen-Bikes, europaweit kostenlos zu euch. Hagen macht hier ein Spagat zwischen Tradition und Moderne. Wir haben einen sehr reduzierten, filigranen Stahlrahmen, der sich sportlich fährt, mit dem großen Hinterrad hinten, das eben an klassische, normale Fahrräder erinnert. Und gleichzeitig aber diese smarten Funktionen durch die Enviolo Automatik, durch die Hagen-eigene App mit dem GPS-Tracker, der schon gleich von standardmäßig von Haus aus mit verbaut ist. Und noch die zusätzliche Konnektivität mit dem Brose-Motor und dem Brose-System, mit dem man noch einige Sachen machen kann. Und dann auch mit der guten Beleuchtung etc. Also es ist sehr interessant, wie diese Dinge hier zusammenkommen, weil das Rad auf den ersten Blick kein großes Gewese darum macht. Sondern es ist einfach auf den ersten Blick ein klassisches, einfaches Cargo-Bike. Es kann aber, wenn man genauer hinguckt, noch sehr viel mehr. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen so bei uns schlagen wird. Wenn ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zu dem Flaggschiff oder zu den anderen Produkten von Hagen habt, dann schreibt sie doch mal unten in die Kommentare und sagt auch, was wir mal mit dem Rad so erleben sollen, damit wir einen richtig guten Testeindruck bekommen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.